allihallo meine lieben freunden herzlich willkommen zu meiner ersten mod vorstellung im ls 25 und zwar kategorie werde ich vielleicht nachträglich noch mal fixen aber erst mal finden wir das ding diverses ein feuer tank auf liga ein paar kleinigkeiten möchte ich noch mal anpassen das machen wir mieten das ding fägenfarbe kümmer die alle möglichen hier auswählen so nehmen wir mal den volvo das nächste was wir natürlich machen müssen ist die passende zugmaschine dazu basteln angekuppelt nein ist er nicht ach kommt schon jetzt so dann schalten wir mal das licht an prüfen mal linker links rechts links arm blinker funktioniert genau die einzeichen beleuchtung die habe ich vorher noch verschoben die arbeitsscheinwerfer hinten die als rückfahrlicht dienen sollen die muss ich noch mal machen glaube das hatte ich im 22er bei mir nicht der motor aus gerade seit markierungs leuchten die haben vorher auch nicht richtig heranzoom hier und jetzt so wir können die deckel öffnen mit der taste enbi neutral wir fahren mal wir brauchen eine tankstelle wir können mit dem dieselladen gülle und so milch und sowas also ich könnte das jetzt und machen wir auch ja da läuft der diesel rein dennoch ausladen nein natürlich das ist ja schade mit mir 9 die in der nähe ist tatsächlich auch das kennzeichen ist auch verbaut wir stellen den ab da sieht man auch schön mit wie heißt das hier unterlichkeile fahren wir nochmal kurz und holen den anderen trailer denn hier in der nähe ist auch tatsächlich das gülle lager kann ich euch auch zeigen dass der gülle reingeht ist ja schön fahren das ding ich jetzt erst letzte achse lenkt ja mit warum hat das im 22er nicht gemacht das ist total seltsam ich habe da so lange dann rumgebastelt an der kiste auch mit der beleuchtung dass das so funktioniert muss ich jetzt ein paar sachen anders einstellen natürlich gucken ob man die achse noch liften kann die vordere so kann man nicht laden müssen erst abdeckung öffnen was machen nee genau geht nicht genau so und sagt gülle so da seht ihr auch das funktioniert selbstverständlich können wir auch die gülle abladen gibt natürlich noch nicht so viel geld wenn euch der mod gefällt lasst gerne ein like da abonniert gerne meinen kanal und schreibt doch gerne in die kommentare was ihr euch noch zum von mods wünscht ich bastel jetzt noch dazu die passende zugmaschine und dann bin ich mal gespannt wie das am ende alles so aussieht bis dahin tschüss und tschau